Wie kennt ihr sich in den Zeiten mit Mexikanern, die sich nicht gewinnen? Wir haben sich genannt, wir haben sich genannt, wir haben sich genannt, wir spielen Pilge mit See, wir fliegen rausnehmen die Buschikletten und nach oben fahren dort im Park, in unserem Stub. Ich habe sich gut gehalten mit den Nichten. Wenn ich heute in Frage will, ich will zu dem, ich habe gefühlt Antisemitismus, ist es schön gewesen, wenn ich meine Kinder hatte, meine zwei ältesten Kinder, bin ich einmal gesessen in einem Park und er freut mich, dass ich mich gesessen habe. Der Park ist nicht so schön gewesen, es ist schmutzig, zerbrochene Stuhlen. Es hat mir angegeben, zu sagen, dass der Park ist ständig erschienen, bis sie dann gekommen sind. Habe ich ihr gefragt, erzähl mir, was haben die ihnen getan? Ich weiß nicht, aber es ist nicht ein Sinn, sie sind gekommen. Habe ich ihr gefragt, sie sind gekommen und sie sind die Schuldigen, die haben zerbrochen, die Banker. Sie sind gekommen und sie haben speziell gemacht, dass die Blumen nicht bliehen sollen. Und was haben sie getan? Sie hat mir nichts gegeben, kein Entfer. Sie hat schon nicht gehört, was mir zu sagen. Habe ich ihr gesagt, wisst was, ich bin ein Eid. Ich habe mir einmal gesehen, dass ich so etwas tun soll. Deine Kinder spielen mit meinen Kindern. Was habe ich schlecht getan? Ich bin ein Eid. Ich bin ein Eid. Ich weiß nicht, was die Leute denn. Ich bin ein Eid. Ich habe schon jetzt gesehen, wenn die Eltern nicht aufgegeben. Ich bin ein Eid. Ich habe keine Eid. Ich habe auch mit einem Eid. Ich habe noch nicht gefangen. Ich habe noch nicht gedacht, dass ich mir das bei einer Eid. Untertitelung des ZDF, 2020